Hallihallo, ich bin's. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben ja jetzt schon wieder Mitte der Woche und haben es ja nun wirklich bald wieder geschafft. Ja, ich freue mich ganz doll, dass der Frühling kommt und dass endlich wieder die Sonne scheint. Es ist wirklich wunderschön. Ich habe auch gestern mal einen halben freien Tag gehabt, den ich wirklich genossen habe und draußen unterwegs war. Und ja, wunderschön, da kriegt man direkt gute Laune. Naja, also ansonsten hoffe ich, ihr habt einfach eine schöne Zeit gerade. Vielleicht muss ja der ein oder andere nicht arbeiten und hat Zeit irgendwie rauszugehen und ein Eis zu schleckern. Ansonsten habe ich morgen wieder Außendreh und da werde ich euch natürlich vom Außendreh berichten, wo ich bin und wie es da aussieht und was ich da so tue. Na ja, also würde ich dann sagen, bis dahin. Alles Liebe und alles Gute. Eure Teenie. Ciao.